Wir wissen alle, die Gesundheitskosten steigen enorm und wir gehen davon aus, durch den Einsatz von intelligenten Helfern, intelligenten, smarten Gesundheitsprodukten, können wir enorm die Gesundheitskosten reduzieren. Bereits heute sind über 30 Prozent der Healthcare-Kosten in den USA basierend auf falscher Medikation. Das heißt, Adherence können wir in den Griff bekommen über digitale Healthcare-Helfer.